Um eine TAN mit dem Smart-TAN-Fotogerät zu erzeugen, stecken Sie Ihre Girocard einfach oben in das Gerät. Drücken Sie so dann auf den Button Scan. Im nächsten Fenster wird Ihnen ein Rechteck angezeigt, was Sie so vor den Bildschirmen platzieren, dass die Farbcode-Grafik innerhalb dieses Rechtecks auftaucht. Bitte prüfen Sie die Hinweise auf Ihrem Smart-TAN-Fotogerät. Dort erscheint noch einmal die Empfänger-Iban sowie der Betrag. Bitte bestätigen Sie diese dann mit OK. Es erscheint dann eine TAN auf Ihrem Smart-TAN-Fotogerät, die Sie bitte in das dafür vorgesehene Feld im Online-Banking übertragen. Führen Sie dann den Auftrag aus. Voila! Sie haben eine Überweisung mittels des Smart-TAN-Fotolesers erfolgreich bestätigt.